Hey, herzlich willkommen bei Tabletop Basement TV. Wir sind heute auf der Crisis in Antwerpen. Mich begleitet mit Christian aus Erfurt nach 8 Stunden Anfahrt. Ja, reicht auch. Fit für die Messe? Ja, wunderbar. Eine Nacht übernachtet geht's wieder. Sehr gut. Ich habe heute Nacht mit Holland noch übernachtet bei unserem Kumpel Gerhard Brom. Jetzt sind heute Morgen ja angereist. Die Meuthi wartet schon auf den Einlass. Es ist jetzt etwa 10 vor 10. Wir konnten schon einen Rundgang machen. Wir zeigen euch einfach, was hier so los ist in Belgien. Und wie wir so an deutschen Ausstellern auf treffen. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 And I'm thinking about the Derby Falls. Get it, get it, go. And I'm thinking about the Derby Falls. Walking down the street by myself. And I'm thinking about the Derby Falls. And I'm thinking about the Derby Falls. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Walking down the street by myself And I'm thinking about the day before Walking down the street by myself And I'm thinking about the day before Walking down the street by myself And I'm thinking about the day before And I'm thinking about the day before I'm thinking about the day before Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So liebe Leute, es ist jetzt kurz nach 16 Uhr Die Crisis neigt sich dem Ende hingegen Die ersten Aussteller bauen bereits ab Und ich genieße jetzt noch die letzten Minuten hier in Antwerpen Direkt am ganz ruhigen Hafen Hier draußen herrscht absolute Stille Das ist nach den Stunden auf der Crisis auch wirklich super Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß Wir hatten ihn auf jeden Fall Und wir sehen uns spätestens im nächsten Jahr hier in Antwerpen Und wir sehen uns im nächsten Jahr hier in Antwerpen Und wir sehen uns im nächsten Jahr in Antwerpen